Die Ampelregierung zeigt ganz deutlich, dass sie nicht bereit ist, Verantwortung für die Probleme im eigenen Land zu übernehmen. Bildungsprobleme, Familienprobleme und Probleme in der Rentenpolitik geraten immer mehr aus dem Fokus. Die Renten werden immer niedriger. Es ist auch kein Geheimnis, dass es ab dem Jahr 2025 steigende Finanzierungsprobleme in der gesetzlichen Rentenversicherung geben wird. Fakt ist nun mal, dass die Rentenkassen seit 1957 von unersetzlichen Politikern geplündet wurden und ohne Zuschüsse aus Steuergeldern die Rentenzahlungen nicht voll geleistet werden könnten. Die Gesetze, die die jetzige Regierung bisher auf den Weg gebracht hat, sind eigentlich nur eine einzige Katastrophe. Teilweise habe ich darüber auch bereits berichtet. Die Ampelkoalition, allen voran Olaf Scholz, hat viel versprochen. Über das Thema Altersarmut verliert der Kanzler kein Wort. Am Ende des Videos nenne ich 20 Vorschläge meiner Zuschauer zu einer möglichen Reform unseres Rentensystems. Seien Sie gespannt und bleiben Sie dran. Ich bin Jutta Martin und berichte hier regelmäßig über aktuelle Themen, ja zu steuern und Renten. Abonnieren Sie gerne diesen Kanal für mehr wichtige und interessante Informationen. Holen Sie sich auch die Gratis-Checklisten speziell für Rentner. Den Link dazu finden Sie unter diesem Video. Rentner sind dem Staat ein Dorn im Auge. Das sollten inzwischen alle verstanden haben. Liebe Rentner, glaubt ihr immer noch, dass die Rente sicher ist? Jeder sechste Rentner in Deutschland ist armutsgefährdet. Ist das nicht erschreckend? Durch die ganzen Corona-Regelungen und den Krieg in der Ukraine will man von wichtigen Themen ablenken. Es ist ein Ablenkungsmanöver auch vom eigentlichen Problem der Rentner. Was bleibt einem Rentner nach Abzug von Krankenversicherung, Pflegeversicherung und Steuern übrig? Bei den ständig steigenden Mietpreisen und steigenden Kosten für Strom, für Wasser, für Lebensmittel und vieles mehr, wie auch beim Tanken, sofern sich ein Rentner überhaupt noch ein Auto leisten kann, sind die Durchschnittsrenten ein Witz. Gesetzesentwürfe zur Anpassung der Besoldung stehen regelmäßig auf der Tagesordnung. Viele künftige Rentner aber erwarten eine Rente im Sozialhilfeniveau. Also das liegt im Sozialhilfeniveau und das nach 45 Arbeitsjahren. Viele Rentner in Deutschland sind von Armut betroffen und es werden immer mehr. Sie haben ihr Leben lang gearbeitet, Kinder großgezogen, die Wirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg wieder maßgeblich mit angekurbelt und werden jetzt abgespeist mit Almosen, kann man ja fast schon sagen. Ja, für Migranten sind Milliarden da und für unsere Rentner fehlt das Geld. Wie es aussieht, fahren wir mit Vollgas in die größte Rentenkatastrophe dieser Geschichte. Wie lange kann Deutschland sich seinen Sozialstaat noch leisten? Die Finanzierung des Rentensystems steht kurz vor dem Zusammenbruch, auch wenn das viele nicht wahrhaben wollen. Die Politiker versuchen, das zu verdrängen. Vor dieser Realität können sie aber nicht weglaufen. Arbeitsmarkt- und sozialpolitische Fehlentwicklungen sind nicht zu leugnen. Es sieht wirklich nicht gut aus. Die geburtenstarken Jahrgänge gehen jetzt in die Rente und es kommen kaum neue Fachkräfte auf den Arbeitsmarkt. Viele junge Arbeitnehmer schätzen heute schon ein, dass sie später mal keine Rente bekommen werden, obwohl sie jeden Monat einzahlen. Es könnte eine massive Abwanderung ins Ausland geben. Junge Arbeitnehmer sehen, dass sie in anderen Ländern bessere Verdienstmöglichkeiten haben und auch weniger arbeiten müssen als in Deutschland. Innerhalb der EU herrscht ja schließlich Freizügigkeit. Eines ist sicher, gerade für junge Menschen wird die Rentenkrise neben dem Klimawandel die größte Bedrohung der kommenden Jahrzehnte. Deshalb brauchen wir jetzt eine Politik, die zukunftsorientiert ist, anstatt immer nur irgendwelche Symptome von Problemen zu lösen, die wir ohne diese Politiker eigentlich einfach gar nicht hätten. Sie versuchen jetzt nur, sich bis zur nächsten Bundestagswahl 2025 zu wursteln. Also das ist meine Meinung. Da die Rentner inzwischen die größte Wählerschaft sind, traut sich keiner der Politiker daran, das Rentensystem wirklich zu revolutionieren. Die Politiker haben nichts Besseres zu tun, als eine Hetzkampagne zu betreiben, wie aktuell bei Bayerns Vizeregierungschef Hubert Aiwanger von den Freien Wählern. Und das auch noch mithilfe einschlägiger Medien. Es geht um ein Flugblatt aus dem Jahr 1987, als Hubert Aiwanger gerade mal 16 Jahre alt war. Dabei haben viele von denen, die jetzt hetzen, häufig selbst in ihrer Jugend so die einen oder anderen Dinge gemacht. 1987 hatten wir noch ein geteiltes Deutschland. Ich bin mir sicher, liebe Zuschauer, wenn wir so viele Jahre bei anderen Politikern in der Vergangenheit wühlen würden, würde viel mehr als in diesem Fall ans Tageslicht kommen. Das fängt ja schon beim Bundeskanzler an. Aus meiner Sicht ist das nur ein Ablenkungsmanöver von der Verantwortung für andere Dinge, wie zum Beispiel das Rentensystem. Täglich erreichen mich zahlreiche E-Mails von meinen Zuschauern zu unterschiedlichen Themen. Ein Thema ist am häufigsten vertreten, und zwar Vorschläge zur Entlastung der Rentenkasse. Welche Möglichkeiten gäbe es denn? 20 Vorschläge und Meinungen aus den zahlreichen Zuschriften, die ich täglich so bekomme, sind zum Beispiel 1. Jeder sollte in die Rentenkasse einzahlen. 2. Die Pension der Politiker kann halbiert werden. 3. Es muss weniger Geld mit der Gießkanne im Ausland verteilt werden. 4. Der Familiennachzug ausländischer Bürgergeldempfänger muss gestoppt werden. 5. Erst die Probleme im eigenen Land angehen, ehe man der ganzen Welt helfen soll. Also Deutschland immer zuerst. 6. Der Sozialstaat für die ganze Welt muss dringend abgeschafft werden. 7. Sozialleistungen dürfen nicht wie Konfetti verteilt werden. 8. Unsinnige Subventionen im Ausland müssen eingestellt werden. 9. Die Beitragsbemessungsgrenze bei der Rentenversicherung muss gestrichen werden. 10. Der Staat darf sich weder aus der Krankenkasse noch aus der Rentenkasse bedienen. Das muss ein Ende haben. 11. Private Altersvorsorge funktioniert nur, wenn ein entsprechend hohes Einkommen da ist oder die Abgaben verringert werden. 11. Die Differenz zwischen Brutto und Netto muss kleiner werden. 12. Statt die Leistungen zu verringern, muss das Rentensystem reformiert werden. 13. Migranten von 2015, die immer noch nicht in Arbeit sind, müssen unser Land wieder verlassen und ihr Glück woanders oder in ihrer Heimat suchen. 14. Weil wir Genderpolitik haben, brauchen wir keine Rentenpolitik haben. So einfach ist das. 15. Die Pensionsansprüche der Beamten gehören an die Rente angepasst. Staatsdiener müssen ebenfalls voll einzahlen. 16. Sehr interessant. Die Beamten kriegen nicht so viel Geld, sondern die Rentner zu wenig. 17. Mit jeder Erhöhung des Renteneintrittsalters wird vom Staat die Sterberate erhöht. Wer überlebt und früher in Rente geht, bekommt massive Rentenkürzungen. 18. Das Problem ist, dass unsere Steuern größtenteils nur für unnötige Scheiße ausgegeben werden. 19. Auf eins können wir uns verlassen. Die Pensionen sind sicher. Und der letzte Punkt. 20. Ampelkoalition gleich Melonenpartei. Außengrün, Innenrot und jede Menge braune Kerne. Ja, und weil die Politiker sich aus ihrer Verantwortung stehlen, wird da nichts groß passieren. Jede Regierung sagt sich, das ist irgendwo ein Problem in der Zukunft. Soll sich doch die Politik damit beschäftigen, wenn es soweit ist. Es interessiert uns jetzt nicht so wirklich. Jedes Unternehmen wäre natürlich schon lange Pleite. Aber das große Problem in der Politik ist, dass sich keiner darum kümmert. Die Politiker, also ich denke jedenfalls die meisten von Ihnen, haben immer noch so die Einstellung, wenn wir das einfach lange genug totschweigen und ignorieren, dann wird es sich schon irgendwie von selbst lösen. Das wird es aber nicht, weil viele jetzt aus den geburtenstarken Jahrgängen nach und nach in Rente gehen, Ansprüche haben auf ihre erarbeitete Rente. Anfang der 60er Jahre gab es hohe Geburtenzahlen. Der geburtenstärkste Jahrgang ist aber 1963. Es ist nicht mehr lange hin. Es ist jetzt schon eine Katastrophe mit den Rentenzahlungen bzw. den hohen Zuschüssen aus Steuergeldern, auch wenn uns immer wieder etwas anderes vorgegaukelt wird. Aber dann wird es richtig eng. Weil man immer mal gerne die Rentner vergisst, werden wir einen wirksamen Gegenpol zur derzeitigen Politik bilden und gründen am 6. September 2023 in Tübingen die Partei der Rentner mit dem Wahlspruch Es reicht. Wir wollen mitbestimmen. Es geht auch um unsere Zukunft. Ich werde am 6. September bei der offiziellen Parteigründung dabei sein. Wir wollen eine starke Gemeinschaft bilden und suchen für den Aufbau der Landesvertretungen bundesweit noch Mitstreiter. Bei Interesse melden Sie sich bitte per E-Mail an partei-der-rentner-at-gmx.de Was denken Sie über das Thema? Schreiben Sie es bitte in die Kommentare und schauen Sie sich auch das Video über den geheimen Plan der CDU über die Zukunft der Rentner an. Und dann können Sie sich auch das Video über die Zukunft der Rentner an. 2. New Format